da kommt der tanker zurück bleibt doch da so also wir haben eine grafik die grafik sieht ja gut aus oder sieht besser aus ja das sieht besser aus so wir müssen jetzt in den trecker und wir haben einen auftrag bei der gemeinde hier wo ist der trecker jetzt hin hallo ach dann switch ich halt da ist er doch also alles bereit hier so ist ein bisschen dunkel aber es ist september so seil haben wir dran wir haben alles dabei motorsäge hallo bitte ich habe eine motorsäge gekauft warum ist meine motorsäge nicht mehr da nämlich die standard ich habe doch ohne ich glaube ich habe vergessen zu speichern gut scheißegal war was war war wer ich muss ja die map ein bisschen umbauen ich habe hier aber einfach mal alles hier entfernt hier ne das stört hier immer beim fahren du hast keinen platz gar nichts so dann gehen wir mal es ist dunkel auch mal licht morgens um es halb acht ist halb acht fahren wir mal dahin und gucken mal ich hoffe das alles noch da was ich da gemacht habe oder was die der förster gemacht hat wir müssen ja helfen ansonsten müssen wir selber hier holzen aber ich habe es glaube ich gespeichert so wir müssen hier entlang blinker müssen wir jetzt nicht das ist ja überflüssig wer blinkt denn heutzutage noch so jetzt müssen wir hier irgendwo rechts hoch ich weiß zwar nicht mehr wo mal die karte aufmachen hier ja das ist noch nicht dieses eins weiter hier kann man nein das ist noch nicht der noch eins weiter und dann hoch naja ist gut dass wir auf der karte schauen wo wir dann hier entlang gehen so hier müssen wir hoch ja ich sehe es schon ich sehe es das wird ein bisschen eng das wird eng werden das wird eng werden ja guter guter trecker hier warte mal was habe ich denn jetzt für einen trecker jetzt ja der case pro links da hier ne case ih 72 50 pro habe ich mal ein bisschen umgebaut so ein bisschen mehr ps hier ne so haben wir normal hoch und da müssen wir gucken wo wir dann jetzt hier holzen müssen weil wir ja hier unseren auftrag haben das übrigens das letzte video vom holzer map weil ich keinen Bock mehr habe weil jedes mal ist hier meine kühe ging kaputt ne ich weiß nicht warum also ja wenn sie jetzt sterben dann sind sie halt gestorben dann ist die serie zu ende ne kühe tot affe kaputt mal gucken hier war es ne ach die bäume liegen doch doch ach gucke mal so das ist so gut das ist ja gut das hat ja geklappt mit dem speicher aber der ding hat nicht gespeichert ne irgendwas so jetzt müssen wir auch gucken ja da können wir mal gucken wir müssen hier die bäume rausziehen irgendwie ne ja am besten weiß ich nicht wie ziehen die einfach mal ein bisschen in die nähe wie sollen wir jetzt ziehen hier ich spüre schon ein leichtes ziehen ich probiere mal warte mal hier an dem anhängen und dann kannst du mal ziehen jetzt hier na oder da will er nicht da will er nicht so da haben wir gibt es ein leichtes problem ich sehe nichts ich sehe nichts so sehr besser muss meine kamera jetzt hier was ist das gewesen jetzt hier so halt so jetzt geht's so das ist gut schild vergessen wo soll man das jetzt hinziehen dass man am besten am besten arbeiten können hier auf die wiese vielleicht ne aber da können wir nicht können wir ja nicht mähen sägen z glaube ich ja z ist es jetzt müssen wir die bäume einfach mal ein bisschen hier nach vorne ziehen da hinten haben wir noch ein paar ja wir müssen ja die irgendwie dann aufladen warte mal hier nicht so doll verwandelt nicht einsteigen weiter mein alter ja das ist ja hier aber ich gehe mal auf die säule hier zieh oh nein oh ich hab's gesehen ja die motorsäge hat er nicht gespeichert ne das ist das einzige ja kann ich denn denn den baumstumpe hier nicht weg machen oder was sind das mal quatsch jetzt mal über was überlegen hier vielleicht können wir nach einfach mal wir fahren so wir ziehen denn auf die säule warte mal schnell so so und dann hier so ziehen einmal mal schräg ja dann guck mal wie das geht hier ja ich fahr mal vorsicht baumfeld und hier den nach vorne ziehen so hat der böhmchen ist da aber das jetzt ein bisschen kacke ich kann immer ich sehe nichts kann es ja nicht vor mir hier oder aber aber überall die bücher im weg wir müssen den irgendwie auf die säule machen dass wir die alles schön gerade links wir können hier eine absächer so da ist dieser winter wasser september ja gut ist nicht unbedingt winter aber die bäume müssen weg so da hinten haben wir noch einen ach da ist ja noch einer der ist aber hier auf der andere seite wie sollen wir den da rauskriegen oh je wir gehen jetzt ganz nahe hin weil ich glaube die sind da ein bisschen ein bisschen im weg so auch der wieder gehen ne falsche taste r b b hochziehen und abhauen so die können wir hier hinstellen da können wir den auch laden wir müssen ja alles weg abtransportieren ich würde hier am liebsten würde ich die ja gerne häckseln oder so oder hacken aber ich habe kein hart kann man hat meine hacke ist kaputt macht er denn hier so er laufen ich hoffe es habe ich hoffe ich hoffe das seil reicht reicht so kannst du mal hinten ziehen geht das das geht das ist gut er zieht mal kräftig hier ja sehr schön machst du das sehr schön ziehen muss bestimmt nachlaufen soja schön immer ziehen immer ziehen das ist gut mal kräftig ziehen hier moment stopp man mal martieren wir noch ein bisschen jetzt können wir noch mal r drücken und b oh 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 wir haben mal löwe wir sind da ein bisschen hängen geblieben aber da kommt der tanker zurück bleibt doch da äh husten wir haben ein problem ach nee das ist ja hier kacke können wir den baumsturm nicht mal baumsturm geht ab nicht normalerweise geht das ich glaube das ging nicht ne ne da will er nicht ne das ist ja hier mit mit ziehen das einfach reich nicht das ist ja kacke hier ja gut ähm also wir kommen hier durch das ist ja hier heute wieder ein arbeitstag du was ist das heute wieder hier so ja gib mir mal hier seil und dann ziehst du mal schräg bitte zieh dankeschön sehr nett von dir so jetzt darf man hier mal ein bisschen jetzt geht das ne das geht jetzt so was haben wir denn jetzt ich sehe denn das ente nicht da ist es doch das ente ja das ente so jetzt müssen wir die alle ein bisschen zusammen sieben dass wir hier ein bisschen platz kriegen auch ein baumsturm im weg ich hätte die fräsen sollen einmal mit profis hier was machen wir da hinten mit dem hier das sind alle hier ein bisschen weit weg und alles sind kacke also wir können wenn ich jetzt den ziehe da hinten aber probieren sie einfach wir probieren den einfach mal weg zu ziehen kommen ist doch egal komm vielleicht kommt er ja rüber oder der träger geht in die knie der träger macht nicht mehr aber es geht es ging so noch ein bisschen kommen schreibe runter sie noch ein bisschen ein bisschen kommt ein bisschen schaffst du noch kommen ja genau dahin wo du nicht sollst gell was nein das will will ich doch gar nicht ich wollte z machen abhängen so wir haben jetzt ein paar bäume hier hier haben wir auch der dahinter der widmermacher hier das ist ja nicht so gut hier da müssen wir irgendwie aber wir könnten bestimmt da hinten rein wir probieren mal wir kommen doch da bestimmt hier rein würde ich sagen wir könnten da bestimmt hier rein ist da was ich sehe nichts vor lauter bücher sehe ich den wald nicht hier ist es so das sind wir jetzt hier hier ist er ja guck mal da ist er ja du die ich habe ich dich wollte ich schon lange mal mitnehmen ja mal gucken ja das geht kommt dort sie mal da verspürt ein kleines ziehen und ich muss denn danach ich weiß nicht muss ich den rausziehen denn ich habe irgendwann mal so jetzt haben wir schon ein paar bäume dann müssen wir jetzt immer schon wieder hier ne da hinten nein wir gehen mal ganz nach warte was er verschiebt mir wieder das passt weil wir müssen ja die ab von bei der länge noch abschneiden könnten eigentlich schon mal machen könnten eigentlich schon mal wir sollten die eigentlich rausziehen alle zuerst mal wieder so viel arbeit hier wo ist er denn hier jetzt da ist einer probier mal zu ziehen jetzt hier ich gehe mal hier weg weil es das seil reißt soll man mal ein bisschen gucken ja das ist schon mal nicht schlecht die ziehen wir einfach mal an uns ran habe ich gerade einen plan ja ich habe gesagt er so jetzt einmal ein bisschen ziehen ja das war jetzt nicht so der plan hat doch ging aber dann können wir jetzt hier beide noch mal er drücken bedrücken und einsteigen und abhauen ja aber das haben eben die guten ps hier sonst geht das nicht da haben wir schön hin da kommt noch ein bisschen komm nicht ein bisschen so sehr schön das sind aber viele bäume heute das gibt auch viel kohle die dürfen wir alles selber behalten weil die gemeinde muss baut hier irgendwie gegen was ein gebäude oder so oder wir müssen jetzt hier roden dass die ihre ihre scheiß gebäude bauen können hier so hey mach mal ja so so da haben wir noch ein wie ging das noch mal hier so ja das hier so das ist aber jetzt gar nicht ideal hier ne das ist aber kein ideales standard becken das ist aber nicht so gut hast du abgehängt ja ja ich bin nicht so irgendwie läuft das nicht so jedem hauptsache sind vorne wir müssen ja platz haben für den hänger das war das ganze was man jetzt hinfahren du komm ich habe ich weiß was hier kommt wir schieben die einfach wir haben ja ein träger das ist wie ein panzer das geht auch so den auch noch mal schnell um jodeln hier der wird einfach mal weggejodelt so wo haben wir noch einen da hinten ist noch einen da komme ich aber nicht hin du ne den können wir rausziehen komm komm das geht komm dass das das ist jetzt hier nicht so da sind wir jetzt nicht so ne den kriegen wir doch raus da bitte einmal ziehen ja mhm ja sehr schön genau so habe ich mir das vorgestellt ist da noch einer ne ne da sind alle ja zieh doch einfach mal ist ja nicht so schwer zieh doch einfach mal einfach ziehen komm du schaffst es komm nicht am baum vorbei nein das ist doch jetzt blöd hier können wir da nicht eine umlenkrolle das wäre doch cool wenn unsere umlenkrolle hier machen könnten ja das ist jetzt wieder hier das ist ja jetzt wieder hier das ist ja jetzt aber hier du hallo busch morgen mit dem muss man rechnen das da mal hier bist du deppert so kommen wir hier nicht mehr können wir weg kommen hier ein tannenbaum für den winter oder so ne dann können wir da noch mal ein bisschen ziehen hier besser klein kommt das ist ja ein kleiner hier ja ihr dürft da auch mal mitmachen so jetzt machen wir aus und ansicht schnell weil ich muss auf das seil gucken ob das hier zieht nazi ja sehr schön gucken wir unten rum na unten rum ist mir besser rum das ist immer viel zieht doch jetzt mal hier na komm na komm komm 300 ps kommen jetzt das ist ja jetzt nicht so ne so jetzt haben wir auch gerne mal schöne bäume ne oder können wir schöne bretter draus basteln hier ne so kriegt alles der schreiner oder sägewerk je nachdem ich weiß noch nicht hier drauf ist halt nicht so ne äh da hinten hätten wir noch ein ja ich glaube wir sollten wir sollten eigentlich schon mal ding machen ne mal den hänger holen das schild na gut das schild könnte man hier oben lassen theoretisch ne vielleicht brauchen wir das noch die frage ist jetzt gerade ich muss irgendwas zum laden haben noch ne müsste ich doch irgendwie mit dem telelader oder so dahin bauen bin gerade überlegen ob wir wir müssen gucken beim holzhänger der hat hinten eine anhängerkupplung vielleicht können wir hier den holzhänger mit dem telelader und dem tieflader oder sowas ne da müssen wir noch einmal fahren hoppla da müssen wir noch einmal fahren und dann ist das cool was ist denn das für ein haus hier so dann gehen wir zurück und einmal gucken hier nicht hoch ne das ist falsch einmal auf die andere seite so also da sind wir richtig ja das schild ich weiß ich weiß jetzt schon dass es ein fehler ist das schild wegzumachen ne ich weiß es jetzt schon ja wir müssen noch ne gabel haben irgendwie so eine holzgabel haben wir nicht ah wir hatten ja einen radlader der ist ein bisschen stärker stimmt wir müssen ja nicht unbedingt den telelader nehmen besser wäre es aber schon ne besser wäre eigentlich der telelader weil der kann höher laden aber der ja das ist ein problem ne telelader zu leicht ja dann halt doch ich bin ja zu weit gefahren Eckart scheiße rückwärts da müssen wir rein hier hoch da habe ich nämlich was umgebaut hier auf der map auf der map hier links oben waren ja zwei häuser die habe ich mir entfernt dass wir hier Platz haben für Gülle Lager und Silos und so ne so jetzt müssen wir mal gucken der radlader ist gar nicht hier ne hab ich den ja wieder hingepackt wo ist denn der jetzt schon wieder wir hätten das seil hätten wir auch noch zum rausziehen aber ich hab dann bemerkt das brauchen wir gar nicht Alarm wer macht Alarm hier Alarm Achsen let's play macht doch schon wieder Lärm hier jetzt machst du schön ruhig hier ne jetzt müssen wir mal gucken der hat hier hinten doch ne Anhängerkupplung oder scheiße der hat nicht mal ne Anhängerkupplung was ist das hier warte mal ich guck mal konfigurieren äh zusätzliche Räder das bringt mir ja jetzt nix ne ne da bringt mir ja gar nichts ne Scheiße Dreck ja das ist jetzt aber nicht so nett ich hab gedacht der hat eine Anhängerkupplung Meister Meister es geht wir probieren was das will ich jetzt testen ähm Telelader hallo wo ist denn da wieder hin der muss sich immer verstecken immer muss sich der Telelader verstecken ja wo ist er denn ach du hier West Westhaxen let's play ne bei mir funktioniert das hier ne ach hier ist er da erstmal den kaufen hier ne kaufen wir kaufen mal was warte mal ich mach mal hier platzieren ähm Telelader Telelader Zange äh diese blöde Zange aber die andere würde doch auch gehen ich hab da mal gesehen dass einer das mit der gemacht hat Kufen 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 Gib das Geld aus so du gehst mal hier ich muss aber nachher schnell ähm ein bisschen meine Stärke zeigen ähm man nennt es nicht Cheaten ne man nennt es ähm 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 ich bin Popeye und esse gut Spinat so das nennt sich so weil sonst komm ich ja nicht hoch ich glaub nicht dass ich da hochfahren kann so das würde gehen ne das würde gehen guck mal ne ein Baggerfahrer weiß wie es geht ne ich seh es sieht gut aus sehs so die Musik ist grad ein bisschen komisch ne so ein richtiger Baggerfahrer fährt so auf dem Ding so ne oh ich kann ja der Ding nicht drehen den Scheiss hab ich vergessen so ich zieh mich einfach rauf ne also so wie man das halt so macht ne wenn ich da reinkommen würde häng dich ein Junge häng dich ein der kommt nicht rein da runter ne und jetzt einfach hochziehen Tadaa Profi ne ne hat selten so einen Profi gegeben bei Alice da weiss man wo man ist beim Tumor kommt man auf seine Kosten hier so oh ich hab vergessen den Motor muss ja nicht laufen ne sonst soll man mal probieren das geht doch ich weiss aber komm ich ja wieder runter hier so oder mit F12 ja genau aber ich weiss mit F12 geht das ne also meistens meistens geht's aber ich ich wollte einmal probieren ich wollte es einmal probieren ne aber das ging ja nicht aber runter nehmen muss ich schon da muss ich mich ein bisschen verstärken sonst geht das nicht so er hält noch also wenn er nicht mehr da ist dann wissen wir er liegt irgendwo auf der Strasse mach mal langsam hier die Musik ist ja jetzt echt hier zum Kacken jetzt hier ja ist gleich fertig ich muss das rauslöschen das ist ja ja das ist ja hier zum zum wegscheißen hier die Musik ne also ich glaube die wo die Musik gemacht haben die waren ein bisschen betrunken oder so ne ich glaube das ist nicht so gut so ist halt gehen wir frei ne was willst du jetzt kommt bessere Musik hoffentlich ne mach gute Musik jetzt hier ne bitte mach was gutes ne ja guck mal jetzt wird es besser bis jetzt also bis jetzt ist es gut so mal gucken von außen gucken das sieht doch gut aus hier guck mal so geht man arbeiten du oh bremsen ich hab bremsen vergessen ah der fällt nicht runter guck mal der ist eingehängt das geht das geht komm ne das das geht so hast du alle Tiere gefüttert äh ja ich glaub schon ich weißt du das mit dem mit dem Tierfutter ich mag da nicht immer eine PDF Datei aufmachen und gucken ja jetzt haben wir September die essen jetzt das hier und so kein Bock drauf ne weil ich hätte jetzt im Winter hätte ich jetzt irgendwie Silage gegeben Heu und so ne was man halt sonst auch gegeben hat früher und so aber irgendwie wollen die gar nichts mehr ne jetzt wollen die noch hier so anderes Zeug haben ne so ich geh jetzt aber trotzdem mal hier hoch das ist ja eigentlich auch noch schön hier das kenn ich doch eigentlich hier ne ah die Diktur kenn ich ja die hab ich ja auch aber das sieht scheiße aus das sieht gut aus ja ich bin auch gerade am bauen oh Gott das sieht ja ja gut ne hat man so gemacht hier ne gut ähm ist jetzt nicht so gut aber ja ich guck halt immer Statik ne ja ich guck halt immer geht nicht auf ja im Prinzip ist es auch nicht so schlecht ne ja ich muss halt immer gucken das ist ja das Standard hier ne das ist ja das von Chines ne oh ja ist halt Standard ne ja gut ich fahr mal weiter ne ist besser ah hier hoch war das richtig war das richtig ne das war falsch ne oder warte 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 ich muss mal gucken äh was haben wir denn hier unten an der Strasse ne wo müssen wir denn hin jetzt doch wir müssen hier hoch echt jetzt das war die Strasse kommt mir ein bisschen komisch vor so ach hier der Holztaum ist hier ja ich hab noch einen Holztaum gesehen so jetzt gehen wir mal aufladen also mal sägen müssen wir auch noch ne oh Gott aber ich hab da eine spezielle Technik dass ich die länger weiss ne ojojo ich fahr nicht so schnell hier ne kommt ja unser Telelader hier das Benzin ganz hier in Schwung so ah das ist ja hier ein Weg wir könnten jetzt den Telelader irgendwie ab weiß ich nicht wenn es schräg wäre wäre es glaube ich einfacher ne gut der würde sowieso kaputt gehen so ich fahr mal hier hoch machen wir mal schnell ähm jetzt alle die Augen zu machen mach mal schnell die Augen zu ja ich kann nicht obladen ne jetzt da Augen zu so das ist halt alles weil ich Spinat gegessen hab ja wenn ihr schön Spinat isst dann ähm ist das besser ich fahr mal den Telelader weg ich hoffe da sind wir haben die richtige Zange ne die sollte ja eigentlich immer gut funktioniert haben glaub ich mal ich fahr mal hier weg da ne aber im Prinzip ist die Map schon schön gebaut nur nicht überall praktisch also man hat manchmal hier ist jetzt breit genug aber manchmal ist das wirklich zu schmal da kommst du mit gar nichts rein ne und deshalb hab ich schon mal ein bisschen rausgeschnitten weil ich will spielen und nicht mich ärgern wollen so ich guck mal wo waren jetzt die Bäume eh achso ne wir müssen noch weiter rein ja kein Problem wir sind ja Profis ne so man hier rein fahren ich halte halt nix vom Autoloader ne es gibt ja den Holz Autoloader aber äh meine wir sind ja wir sind ja geübte Fahrer ne das sollte ja gehen so jetzt hab ich meinen Trick ja der Trick funktioniert nicht wenn nicht alle Baumstämme im gleichen Abstand sind hier ne naja das ist ja jetzt wieder hier nicht scheiße hier so hinten kann schon mal ein bisschen mehr raus ne das ist ja schon klar so Säbeln ich hoffe die sind gleich lang mal gucken äh also das hab ich gesehen die Spraydosen die sind ja beim neuen LS auch dabei aber ich brauch die nie weil die sind ja beim DLC dabei gewesen aber äh ich brauch die irgendwie gar nicht und man kann es machen ja wenn jetzt einer Anzeichen sagt die Bäume müssen weg oder so und dann kann man das machen aber Holz macht man ja eher weniger so hier noch ein bisschen säbeln und dann laden wir mal auf dann ich mach das ja mal so äh äh da können wir auch noch gerade hier ne der ist auch so ungefähr ja schön machen so und der ist ein bisschen weiter oben ja das geht hier auch den kriegen wir schon auf so richtig schön so jetzt müssen wir überlegen ähm wie laden wir muss ich umdrehen oder oder ich fahr so hin ne eigentlich ist ja hier ein schöner Wald eigentlich zum fahren ne ist ja ein richtiger schöner Wald ähm aber wenn es nicht passt dann wird es passend gemacht warte ne so komm ich doch nicht ran oder oh mal probieren ne das muss ja irgendwie gehen ne Telelader mal gucken war mal so ne so dann gehen wir doch einfach mal gucken ob das mit dieser Gabel funktioniert müsste ja eigentlich gehen ne so ah ist ich bereit genug ei mach nicht so weit so jo geht es sogar besser als mit der Standardkabel hier ne jo mein Favorit das ist geil sehr gut oh ja entschuldigung hab dich nicht gesehen Baum hab dich nicht so gesehen so mach hin rein mit dir hey hey wow 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 Junge mach mal langsam ja da hat er sich hier die die Kohli verhängt hier ne in der Zange oh alter wird er zu weit runter gemacht hier ne mach doch wieder scheiße der Jun gut einbauen geht ne so wir haben bald wir haben bald ne ah schon wieder schon wieder so rein mit dir weh du fällst runter auf den Boden so das funktioniert ja ganz gut hier warum hab ich das früher nicht so gemacht das ist ja viel besser als ich gedacht habe hier ach der will aber nicht mitkommen der hat Angst du kleiner Satan da will er einfach nicht mitkommen ne das ist ja wieder hier so schön so das ist ja hier herrlich du ne das ist ja auch wieder hier das läuft ja wenn der Hänger voll ist gehen wir ähm verkaufen ähm ja und dann gehen wir zum Server rüber dann ne würde ich sagen das lief ja eigentlich schon ziemlich gut ja gut für den Hänger jetzt nicht gerade ne der hat sich jetzt gerade hier äh mach mal das Tor auf ich seh nix da oben ja mach roll ab nein doch Hänger der arme Hänger der warte mal das ist hier falsch zieh rein ja passt so aber funktioniert gar nicht schlecht mit dem Telenader hast du ein bisschen mehr ähm oha kommt das gut ich hab irgendwie so ein Gefühl dass das nicht so gut kommt jetzt da vor allem ist der Baum im Weg ne ja ich hab's ja gewusst ne der Baum ist wieder im Weg der hat sich extra einen Meter umgestellt oha oha nicht 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 mach ganz langsam mach mal ich zieh noch ein bisschen hier ja ja mach ganz langsam hier mach ganz langsam mach nicht zu doll mach nicht zu doll ja Jacqueline sonst musst du wieder kotzen mach nicht fest ne ganz langsam so oha ja ich glaub einen kriegen wir noch rauf ne komm einer geht noch einer geht noch ja viel da hätten wir aber lange zu tun ne da hätten wir echt lange zu tun so oha das ist aber ein grosser du oha ha 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 da könnte ein bisschen oha ich glaube das wird hier gar nichts mehr jetzt hier oha er macht schon wieder das Weibchen hier ne oha das ist ja schräg du das ist ja schräg äh wie machen wir das jetzt hier wir müssen ja eigentlich jetzt hier machen wir hoch hier und dann müsstest du eigentlich richtig abkippen ey das das wird beim Fahren ziemlich scheiße werden so du bleibst mal hier darfst du hier mal ein bisschen ausruhen oh Gott das sieht ja aus hier nur ja Spangurten natürlich ne so ähm wir können nicht ums Eck wir müssen es schnell hier so machen ne so Gott der fällt mir auf die Schnauze ich sehs doch komm hier ich sehs doch komm der wir fallen doch hier um wie eine Pflaume so ich will nicht nach hinten gucken nein ich will nicht scheiße ich sehs im Rückspiegel oha 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 vielleicht ein Tempomat oder so anmachen weil ich jedes Mal fick ich auf die Schnauze wenn ich hier fahre ne jedes Mal aah das ist ein Zaun wer macht denn den Zaun hin das sind Stahlzäule die halten immer da kannst du mit dem Träger reinfahren die gehen nicht kaputt das hält aber ne meinst du wir kommen so auch runter ich seh gar nix ich wusste es ich wusste es so wow das war jetzt auch ein riesen Ruckler gerade ne FPS geht eigentlich ne ja ist ein bisschen runter gefallen weil ich da Shader eingestellt habe das ist nicht so gut aber wir sind ja in der Nähe ähm wir sind rechts nach rechts müssen wir ne ähm nach rechts so jetzt gehen wir weiter die sind immer noch hier ne die kommen die Shader äh die Erde da hinten ne so das läuft ja jetzt ganz gut kriegen wir ein bisschen Kohle ja ein bisschen man müsste halt alle Bäume verkaufen und dann geht es besser oder halt ja ein LKW wäre halt besser gewesen ne irgendwie an der Strasse und dann hallo Togain moin moin so hier müssen wir runter so der hat geöffnet hier ist ja mein ja ich mach ja im Winter mach ich ja ehrenamtlich hier nein nicht unbedingt ehrenamtlich ne ich krieg ja das Geld ihr Hackschnitzel verkaufen ne also Energie machen mit Hackschnitzel im Winter ist nicht viel zu tun auf dem Hof dann macht man hier ein bisschen Hackschnitzel so sehr schön gut können wir den Spanggurter lösen hier wo ist der Staplerfahrer der muss hier abladen was ist denn da oben los ah das sind die neuen Red Bull Rehe Red Bull verleiht Flügel so dann haben wir das auch geschafft ne ja dann machen wir Feierabend ne das sind Renntiere ja ja das stimmt das waren Renntiere die sind jetzt verschwunden Nikolaus hab ich jetzt nicht gesehen der ist da oben mit dem Luftballon oben ne Nikolaus ist da oben Licht haben wir vergessen ne gut ja das ist gut ne dann ähm würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen für Youtube natürlich ne wir machen den Stream noch ein bisschen weiter hier ja ja da können und wie die die